Willkommen zu unserem Review über Coin.ly. In diesem Video erfährst du das Wichtigste, was du über die Software zur Erstellung von Steuererklärungen für Bitcoin und andere Kryptowährungen wissen solltest. Wir betrachten die Funktionen, werfen einen Blick auf Zahlarten und Gebühren, untersuchen unterstützte Börsen, Coins und Wallets und beleuchten sowohl den Support und die Sicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit. Zum Ende des Videos erfährst du, welche Erfahrungen unsere Community bisher mit Coin.ly gemacht hat und wie das Testergebnis ausfällt. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es noch viele weitere Tests und Tutorials. Außerdem versorgen wir dich regelmäßig mit News zu Bitcoin und Kryptowährungen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Coin.ly bietet mehr als nur Steuerberichte. Zum Beispiel einen Portfolio-Tracker, der die Performance deiner Assets anzeigt. Dabei unterstützt das Tool über 17.000 Kryptowährungen und kategorisiert Transaktionen automatisch entsprechend den steuerlichen Vorschriften. Es werden ganz normale Transaktionen, aber auch Margin- und Futures-Handel, sowie Staking oder Lending und viele weitere Transaktionstypen verarbeitet. Im Anschluss können verschiedene steuerliche Regelungen und Methoden zur Berechnung von Kapitalerträgen angewendet werden. Basierend auf der Historie generiert Coin.ly Steuerberichte, die du bei der Erstellung von Steuererklärungen verwenden kannst. Die kostenlose Version des Tools ist umfangreich und für einfache Anwendungen geeignet. Für mehr Features müssen Nutzer jedoch zahlen. Die Preisstruktur der kostenpflichtigen Modelle variiert unter anderem aufgrund der Anzahl an Transaktionen. Die Preise sind im Vergleich zur Konkurrenz absolut vertretbar. Als Zahlarten unterstützt Coin.ly Kreditkarten und sogar Kryptowährungen. Die Oberfläche von Coin.ly ist benutzerfreundlich und intuitiv. Trading-Historien aus Börsen oder Wallets können einfach importiert werden. Ein Nachteil für deutschsprachige Nutzer könnte sein, dass die Software nur in englischer Sprache verfügbar ist. Für deine Sicherheit verwendet Coin.ly Verschlüsselungstechnologien und bietet 2-Faktor-Authentifizierung für zusätzlichen Schutz deiner Benutzerdaten. Der Support ist per Chatbot oder E-Mail erreichbar. Die durchschnittliche Antwortzeit beträgt laut eigenen Angaben 12 Stunden. Insgesamt bietet Coin.ly eine solide Lösung für das Tracken deines Krypto-Portfolios und die Berechnung von Steuern. Zu Redaktionsschluss dieses Videos liegen uns 32 Bewertungen und Erfahrungsberichte vor. Diese haben zu einer Gesamtbewertung von 4,5 Sternen geführt. Ein Ergebnis, das sich durchaus sehen lassen kann. Die wichtigsten Bewertungskriterien im Test waren die Benutzerfreundlichkeit, das Leistungsangebot und der Kundensupport. Wenn du einen detaillierten Blick auf die Bewertungen und Erfahrungsberichte werfen möchtest, schau am besten direkt auf unserer Website vorbei. Solltest du bereits selbst Erfahrungen mit Coin.ly gesammelt haben, schreib sie gerne in die Kommentare unter diesem Video oder verfasse einen Erfahrungsbericht auf unserer Website. So hilfst du anderen dabei, die am besten für sie geeignete Software zur Steuererklärung für Bitcoin und Kryptowährungen zu finden. Wenn du direkt mit der Nutzung von Coin.ly starten möchtest, klicke einfach auf den eingeblendeten Link. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an. Bis zum nächsten Mal!